abidieri grüß euch freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt zum freitags video zum thema gedanken am freitag respektive wochenrückblick was war los in der pfeifen community zu aller erst möchte ich aber recht herzlich einladen zu unserem pfeifen stammtisch der an jedem ersten samstag im monat stattfindet der nächste ist am 3.3 um 20 uhr wenn ihr lust habt ich verlinke euch meine e mail adresse in der infobox das ganze läuft über skype ihr seid alle herzlich eingeladen letztens war man ja über phasenweise acht neun leute und es war super lustig austausch von informationen und vieles mehr also wir haben gelacht das war einfach ein erfrischender abend das ganze hat glaube ich sechs stunden gedauert soweit ich mich noch erinnern kann als super sache kommt vorbei auch wenn es nur kurz vorbei schaut war genial was war los in der pfeifen community unser lieber george hat uns in einem video mitgeteilt dass der st louis flake vom pfeifenhuber münchen ausläuft er wird vom markt genommen wegen inhaltsstoffe die nicht erlaubt sind oder die nicht in ordnung sind wie auch immer naja gut kann man jetzt sehen wie man will das tabak genuss nicht unbedingt gesund ist und dann einen relativ guten tabak für viele sogar einen sehr guten tabak dann vom markt nimmt naja gut dazu ist unsere pfeifenraucher lobby leider zu klein ich habe dann auch angerufen weil ich mich da selber noch informieren wollte habe dann einen sehr sehr netten auch kompetenten mitarbeiter ans telefon bekommen der mir gesagt hat ja aktuell gibt es ihn wieder sie haben wohl auch noch mal eine charge nachbestellt die dann noch kommen wird aber irgendwann wird schluss sein er kann es mir aber auch nicht genau sagen es kommt darauf an wie die nachlieferung noch zustande kommt also aktuell ist er verfügbar ich habe mir auch die eine oder andere dose noch gesichert weil ich finde den auch nicht schlecht als nächstes der ralf sein kanal name ralf ebe heute mittag ein super video ich fand es genial in aus seiner reihe pfeife bauen ja das war jetzt der zweite teil im ersten teil hat er den pfeifenkopf gezeigt wie er das macht und in diesem video von heute zeigt er wie er das mundstück macht vom acryl rohling bis zur end form und ich muss sagen dieses video ich liebe solche videos ich könnte nur solche videos anschauen ich finde es super und wie ihr das macht mit ja relativ einfachen mitteln natürlich viel arbeit dahinter ich muss sagen ein sehr gutes video als nächstes kommt der teil 3 hat er mir gesagt oder beziehungsweise im video auch gesagt und dann wird die pfeife gefärbt und bin schon gespannt ralf was das ding für farbe kriegt super sache das pfeifferl macht mir total spaß dir zuzusehen dann unser lieber patrick aus der schweiz patrick rümi ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen hat für mich eine sehr gute besprechung von dem bulldog ropers roundels von dtm gemacht er hat das verglichen diese curly cuts ist eine familie zum beispiel der davidoff flake oder der dann hülle und viele andere tabake auch noch in diesem curly cut in dieser form und da hat es die untereinander so ein bisschen verglichen und ich fand es sehr sehr gut ich habe da was gelernt super sache schaut vorbei sehr zu empfehlen das video dann hat der daniel der monheimer rauch sein kanal name und der angelo hat heute mittag ein video eingestellt angelo pfeifengenießer aus bayern da ging es um ein tabak review von dem tabak von faun von dem neuen in dieser schönen prachtdose den tradition nummer eins sehr fundierte videos ehrliche aussagen genauso muss es sein super sache wenn es interessiert wie der tabak schmeckt schaut euch die videos an angelo pfeifengenießer aus bayern daniel monheimer rauch super sache ja das war's dann mal wieder mit dem zweiten wochenrückblick ich weiß nicht ob ich das weitermache wäre vielleicht nicht schlecht wenn da ein bisschen feedback kommt ob ihr da lust dran habt ich würde das vielleicht sogar auch dann noch ein bisschen erweitern vielleicht bilder aber ich weiß nicht wie das genau anstellt vielleicht das ein bisschen mit bildern untermalen damit man auch sieht um was es geht na gut ich wünsche euch ein schönes wochenende passt auf euch auf bleibt gesund servus 40